Magie live erleben. Gewähren Sie Ihrer Wahrnehmung eine Reise der Täuschung. Einmalige Fingerfertigkeit, atemberaubende Illusionen, kombiniert mit spontaner Situationskomik. Schein optimal, also wirklich, ist genial. Dann ein riesiger Applaus für die beiden Steffi und Matthias. Erleben Sie ein magisches Event auf exklusiven Sitzplätzen hautnah. Jetzt Tickets buchen und Magie verschenken. Ja, das ist ein... Ja, das ist ein...